Akustika 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 Das war's. Bei hohem Schalldruckpegel, wie dem, dem Sie gerade ausgesetzt sind, können akute Hörschäden schon nach wenigen Minuten auftreten. Im Folgenden wollen wir anhand von Hörbeispielen die Auswirkungen dieser Schäden demonstrieren. Bei vielen Arten der Hörschädigung nimmt als erstes die Hörfähigkeit in den hohen Frequenzbereichen ab. Es kann allerdings auch zu einer Schädigung im tiefen Frequenzbereich kommen. In extremen Fällen führt dies zum totalen Ausfall des Hörorgans. Ab diesem Moment herrscht Stille. Sollten Sie die genannten Hörbeispiele aus Ihrem Leben kennen, Kontaktieren Sie einen Facharzt oder Höchgeräteakustiker. Sollten Sie die genannten Hörbeispiele aus Ihrem Leben kennen, Ergäteakustiker. Sollten Sie die genannten Hörbeispiele aus Ihrem Leben kennen, Motherfucker! Motherfucker!